So, Freunde, fahren wir ein bisschen langsamer. Wir fahren jetzt mal rechts rein. Das ist natürlich ein bisschen nebelig. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist wunderbares Wetter. Willkommen im Schloss. Das ist ein altes Schloss, klar, das alte Schloss. Das wird voll saniert, kernsaniert. Die Bauweise ist unter Denkmalschutz, also klar, Denkmalschutz, das wird erhalten. Jetzt fahren sie mal weiter. Weiter, weiter fahren, einfach weiter fahren, genau. Alles kommt alles weg, ist doch klar. Wir befinden uns jetzt theoretisch schon auf dem Trainingsplatz, Platz 1. Hier entsteht natürlich die Möglichkeit für das Sportgebäude. So, jetzt ist es links dem Weg entlangfahren. Jetzt ist es schade, dass man das nicht sieht durch den Nebel. Also hier sind wir schon, würde ich sagen, bei Spielfeld 3 und 4. Das heißt, die erste Mannschaft findet hier Platz. Finanzabteilung, Marketingabteilung, Pressesprecher, Manager, Nachwuchsmanager. So, also links und rechts vom Weg, wo wir hier sind. Das wird alles Trainingszentrum Teske Hoffenheim. Wolkenloser Himmel über Hoffenheim. Hier unten haben wir Karlsruhe, Heilberg, hier liegt Hoffenheim. Und wenn Sie mal auf die Homepage von Hoffenheim klicken, unter Sehenswertes, da finden Sie das Heimatmuseum und sonst nichts. Aber das soll sich ändern. Denn die TSG Hoffenheim hat Großes vor. Sie soll, muss, wird eventuell in den nächsten Jahren in die Fußball-Bundesliga aufsteigen. Musik 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 Das ist die spannendste Story der Fußballgeschichte in den letzten Jahren Und das ist irgendwie vom Zeugwart bis zum Trainer, vom Geschäftsführer bis zum Platzwart Da glaubt jeder dran, da will jeder hin Und machen wir uns nichts vor, wir wollen alle in die erste Liga Und das ist, auch wenn ich es nicht sage, gerne sage, das Wort Aber es ist auch das Geilste, was es gibt Mit dem Fassungsvermögen des Stadions mindestens 15.000 Zuschauer? Nein Wenn nein, für wie viele Zuschauer ist das Stadion amtlich zugelassen? Ja, ist das jetzt der jetzige Stand, wenn man das ausfüllt, oder die Zukunft? Die Zukunft, die Lizenzierung Das haben wir lizenziert, sonst würden wir die spielen Der Fragebogen, der hier vorliegt, wurde ausgefüllt Basierend auf dem Ist-Zustand des Stadion, was wir ausfüllen Es geht ja darum, wie muss er ausgefüllt sein Was faktisch ab 1.7. Wie viele Parkplätze, bitte, gibt es im Umfeld der Stadionanlage? Ich schreibe nicht mit einer Anlage Hier steht ca. 120 plus Nutz- und Kunstrasenplatz hinterm Stadion mit ca. 150 Plätzen Ist das unser neues Parkplatz-Konzept? Da kommt ja noch dieser Verweichertur auf der anderen Ne, eine Seite vorher war doch das Ich hab's da Entschuldigung Parkplätze, Wiesengelände, ca. 500 Plätze Parkplatz Bahnhof ca. 200 Deshalb mit dem Shuttle Parkplatz Große Minke, ca. 200 Plätze Gesamthaft So, alles klar, ich wollte nur mal sagen, nur dass es jetzt nochmal, dass das jeder versteht Wir wollen doch 17 Mal hier spielen Das ist doch unsere Versicherung Also wenn wir doch hier allein schon mal aus 600, äh 670, was ja Sruschi vorliegt, 600 schreibt Dann müssen wir mit dem Klammerbeutel gepudert sein Halt mehr oder viel mehr Parkplätze noch Also ich muss noch mal sagen, das ist eine Verantwortungslosigkeit Das muss ich dir sagen, finde ich nicht mehr lustig, da reg ich mich hier wirklich auf Also hier ist unsere Zukunft, wir können nicht ganz dicht sein Wir machen hier Tag und Nacht und holen unseren Investor und bitten um Kohle und machen hier selber unsere Hausaufgaben Als ob wir die Amateure... Da können wir nicht mehr aufstehen Da müssen wir mich als mal fragen Ja, was heißt mal fragen, entschuldigung, das liegt jedem vor, das ist auf dem Tauschvorgang Heute ist der 22. Überlegen wir, wir hätten ja heute keinen Termin, da wären ein paar Leute krank Dann hätten wir es am 27, geben wir was ab, dann lacht ja die ganze Welt Mensch, nee, also ehrlich Wir wandern in den Tag hinein Über Berge und Täler luftige Höhen Freilägen und drei Sonnenschein Unsere Erde ist so wunderschön Wir wollen Lieder singen, mit Freude bringen Bei uns gab es ein frischer Wind Wir wollen Lieder singen, mit Baller singen Wir sind so, wie wir sind So, jetzt kann es losgehen Jetzt geht es erst einmal los, sortieren, was ist Hoffenheim, was ist nicht Hoffenheim BSG Wismutauer Hoffenheim in Klein Da kommt einmal wieder ins Auto, wenn der Große weg ist, kommt der Kleine wieder rein Dann haben wir da Eine Aufstiegsschale von Fürth Wo sie gar nicht aufgestiegen sind in dem Jahr Hat dafür nur 1 Euro gekostet Eine Gestricksschale Die Frau von einem Mitglied von uns hat dann gestrickt Und muss rein in die Sammlung rein Und da haben wir eine allererste Hoffenheimsschale DSG 1899 Hoffenheim DSG 1899 Hoffenheim die richtige Entscheidung Da hat man nur das Logo damals nur angedeutet gehabt Und ja, das 1899 war damals beiläufig Aber das war, wie gesagt, der erste Schal, wo es von Hoffenheim gewahrt Die Frau Da war war Glocken Das war Die Fußballregion Heiliger Süd. Sie waren sie mit der TSG Hoffenheim. Zehn Siege aus den letzten zwölf Spielen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick wird alles geben, damit diese Siegesserie nicht reißt. Morgen 14.30 Uhr im Dutbach Hauptstadion Hoffenheim. Wir sind in den Thomas geladen von der Satzverhölter Mittermann 27, Andreas Kraut. Tja, und die Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Herr Marco Fritz, Auskauf, R5 für den FC Schönebürg. Ihm stehen zur Seite Markus Kugeler und David Paulat. Herzlich Willkommen in Hoffenheim. Tja, als Einlaufmannschaften freut sich heute die F-Juniorin. Der ISG Bad Wimpfen und die E-Juniorin des FC Asbach. Euch alle wünsche ich hier im Dutbach-Hauptstadion beim Spiel heute viel, viel Spaß. Hier in Hoffenheim sahen 2200 Zuschauer im nicht ausverkauften Stadion einen souveränen Sieg ihrer TSG. Die Mannschaft festigt damit den zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Süd und bleibt klar auf Aufstiegskurs in die zweite Liga. Wir sind der erste Fanklub. Wir sind direkt aus Hoffenheim. Die Leute kennen sich und wir haben wirklich von jung bis alt. Es sind ganze Familien dabei. Im Aufbau sehe ich da keine Hindernisse, ob jetzt Hoffenheim 3000 Einwohner hat oder eine andere Stadt, die Millionen Einwohner hat. Schalke ist auch nur ein Stadthöl von Gelsenkirchen, so wie Hoffenheim ein Stadthöl von Zinsheim ist. Schalke ist auch nur ein Stadthöl von Gelsenkirchen. Wir wohnen seit 1988 in Hoffenheim. Also ich fühle mich eigentlich auch jetzt wie in Hoffenheim. Ich bin zwar zugezogen, aber ich denke mal, ja, ist schon schön. Kleiner Ort, jeder kennt einen, jeder grüßt einen und es hat schon sein Vorteil auch. Das sind die 1899. Dadurch, dass wir das jetzt halt hautnah mitkriegen, die Fußballer nebendran sind. Und ja klar, und dann eben dieses war ja dann in aller Munde. Die Mannschaft wurde gegründet mit dem Ziel, aufzusteigen in die zweite Bundesliga. Und da war man halt dann dabei. Hat mitgefiebert. Die TSG Hoffenheim und Jochen Rothaus haben Großes vor. Sie wollen die Bundesliga. In Zinsheim wird gerade das Stadion gebaut. Der erste Spatenstich steht kurz bevor. Herr Rothaus hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Das ist auch richtig und wichtig, im Fußball den Mann fürs Geschäftliche und Geschäftssinn zu haben. Sie haben dann auch als Merchandising-Manager gearbeitet bei Bavaria. Unter anderem Tiger, Ente, Sendung mit der Maus vermarktet. Auch das sollte man vielleicht wissen. Und im Fußball hatten Sie natürlich vor Hoffenheim eine ganz große Station beim VfB Stuttgart als Marketingchef. Von daher sollte die TSG Hoffenheim wissen, was sie an Ihnen hat. Schön, dass Sie da sind. Wir bauen ein Stadion für die Region, für die Fans, für den Zuschauer. Wir brauchen kein Stadion wie bei manchen großen Vereinen, wo die Architekten sich verwirklichen. Das gibt es definitiv nicht. Wir haben eine Markenphilosophie festgelegt. Wofür steht die TSG Hoffenheim? Für Bodenständigkeit, für Ehrlichkeit, für Komfort, für Modernität und Dynamik. Das heißt, wir wollen für den Fan, der Hardcore-Fan, der Tore-Wurst-Bier haben möchte, brauchen wir genau die optimalen Bedingungen. Schnelle Wurst, leckere vor allem, schnelles Bier, viele Tore. Noch ein wenig rauskommt, den wir jetzt gleich noch mal machen. Nee, wir schütteln, aber komplett neu. Ja, ist okay. Also die eine Idee ist ja nun, das Ganze von innen zu beleuchten. Ja. Was präferieren Sie? Ich finde, das wird nachher die bessere Wirkung geben, ne? Dann ist das Ganze... Aber es geht natürlich A nur, wenn wir eine transparente Dachabdeckung haben. Können wir das auch farbig machen, was Sie das vorhin gesagt haben? Ja, also wir können jetzt hier, wenn Sie... Nein, 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 wir können nichts anderes machen. Nee, ich will es einfach mal sehen. Ja. Nee, das sehe ich auch nicht. Also. Oh. Also blau, Herr Rotter, sage ich Ihnen, gibt eine ganz kalte Farbe. Ja gut, das... Ja. Was wollen wir jetzt machen? Ich würde es nicht blau machen. Nee, nee, ist klar. Also ich denke mal, eins mal... Das ist Fußball. Wir sind blau, es gibt keine andere Farbe. Wenn Sie... Oh, das ist auch schön. Ich sage Ihnen nochmal ganz ehrlich, ganz ehrlich. Eine Vorführung beim VfB Stuttgart. Zehn Leute sitzen dort und sie hätten es blau gemacht. Alle, mein Spruch, den ich gerade gesagt hätte, weg, aus, Stecker rausziehen und so weiter, andere Farbe. Hätte jeder gesagt. Wir sind im Fußball. Tunneldenker. Leidenschaft. Tunneldenker. Blau ist Kickers. Blau ist... Also in der Zeitung, in der Anzeige... Ja, aber haben wir ja hier nicht. Wir haben ja das Thema nicht. Stuttgart und Kickers. Ah, natürlich. Das sind ja andere. Unsere Farbe ist blau. Aber wir können ja nicht blau machen. Hallo draußen im Badener Land. Heute ist ein besonderer Tag im Kraichgau. In Sinsheim kommt es zum ersten Spatenstich für die 60 Millionen teure Bundesliga-Arena der TSG Offenheim. Wenn es fertig ist, wird das Stadion 30.000 Zuschauer fassen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für die 601.000 Zuschauer fassen. Das ist ein besonderer Tag im Auftrag des ZDF für die 601.000 Zuschauer. Das ist ein besonderer Tag im Auftrag des ZDF für die 601.000 Zuschauer. Die 601.000 Zuschauer fassen. Das neue Stadion ist natürlich das Herzstück des Ganzen. Ohne das neue Stadion könnte das Fußballunternehmen, wenn wir es mal so nennen wollen, gar nicht funktionieren. Wir könnten niemals die Umsatzerlöse erzielen, die wir brauchen, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Aber mit dem neuen Stadion haben wir diese Möglichkeit. Hoffenheim. Lange Zeit nur Kreisliga. Bis einer kam, der eine Vision und das nötige Kleingeld hatte. Ein Mann aus der Region. Hier habe ich früher Fußball gespielt. Hier ist meine Heimat und hier investiere ich deshalb. Sticht Hopp oder Topp? Hopp ist Topp. Einer der Topverdiener Deutschlands. Mitbegründete Software-Riesen SAP. Laut Manager-Magazin einer der zehn reichsten Männer. Doch für ihn ist der Fußball kein Spielzeug. Hopp denkt langfristig. Ein Mann, ein Dorf, ein Antrieb. Ich suche nochmal einen Trainer an. Ich tingle hier durch die Lande und mache hier irgendwie Klinkenputzen. Akquise, Akquise. Die Herzen werden akquiriert. Nächste Woche bin ich im Neckarbischofsheim. Soll ich Ihnen was sagen? Wir haben für die Damen die doppelte Anzahl in unserem Stadion von Toiletten. Weil sie doch immer kennen, weil so großveranstaltige Männer gehen immer schön rein. Zack, zack, schnell fertig. Und die Damen stehen da und schauen einem immer mit so traurigen Augen an. Ihr Männer habt ihr es gut. Also haben wir die doppelte Anzahl an Damen-Toiletten, damit wir auch den höchsten Komfort für die Damen haben. Ein paar Fragen brauchen wir noch. Sonst gehen wir nicht. Neues Stadion. Meine Güte. Sie wäre hier sonst gelöchert. Das ist ja ein Traum. 30.000, 40 Logen, 1.200 Business Heats. Das muss ich alles schon selber sagen. Fertigstellung Januar 2009. Das sind doch die Fragen, die Sie haben, Sie am Herzen, oder? Mich würde mal interessieren, wie wollen Sie das neue Stadion in Hoffenheim füllen? Sie müssten ja erst mal an der Euphorie, an der Identifikation arbeiten. Und da sehe ich bei Ihnen noch überhaupt keine Fortschritte. Mannheim, das Eishockey lebt. Aber die TSG Hoffenheim lebt für mich nicht. Dass Sie noch nichts sehen, das stimmt nicht. Wir haben relativ viel gemacht. Aber auch da stoßen wir an Grenzen. Wir müssen nur Schritt für Schritt die Leute und die Herzen erobern. Und das ist echt nicht einfach. Was der Fanclub Blue Dragons dazu meint. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht sagen. Ich habe mit meinen Leuten darüber noch nicht gesprochen. Ich kann nur meine eigene Meinung sagen. Das erste Gespräch, das wir in der Geschäftsstelle gehabt haben, zwecks Fanverband, hat es ja dann geheißen, dass du von der TSG auch nicht dabei sein musst. Und die ganze Mitgliederliste und alles. Da habe ich gesagt, dass der Fanverband von der TSG kontrolliert wird. Wir sind eigentlich alle selbstständige Vereine, die sich selbst verwalten. Und ich finde, dass wir uns da schon selbst organisieren können. Weil wir gesagt haben, wir nehmen einen dazu, wo wir neigen und sehen. Endspurt ins Wochenende in Baden-Württemberg. Mit großer Spannung erwartet die Region das morgige Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen die Sportfreunde Siegen. Dem Dorfverein kann mit einem Sieg der Aufstieg in die zweite Liga gelingen. Neueste Verkehrsmeldung im Land. Eine Warnung für die A6 an der Ausfahrt. Ich habe mir gesagt, heute ist noch ruhig. Morgen um die Zeit steht schon 2.0. Auf, aufstellen! Jetzt hätten wir wenigstens alle gesehen, wo dabei waren. Amen. UNTERTITELUNG Wir sind in der Zeit, meine Fußballfreunde. Wir haben es geschafft. 4 zu 0 für die TSG Hoffenheim. Der entstand eine überragende Leistung. Die Region hier in Baden, sie steht Kopf. Es ist vollbracht durch einen nie gefährdeten Sieg. Die 3000 Seelengemeinde angekommen in der 2. Liga. 2. Liga. 2. Liga. Die gegnerische Fans. Die Nordwestecke. Hier ist die Siegheim. Doch, die Nordostecke. Von hier ist jetzt quasi Gast. Das ist eigentlich das Spielfeld hier vorne schon. Wo wir schon sind? Ja, wir fahren jetzt mal zum Tor. Das ist der Spielerzugang zum Spielfeld. Jetzt stehen wir also sozusagen hier. Da muss ich auch steigen. Am Spielerzugang zum Spielfeld. Das ist ja ganz geil. Das ist ja ganz geil. Oh, Wahnsinn. Das ist schon Spielfeld. Das ist ja gut. Das ist dann quasi das, was Sie da hier im Rolling sehen. Da haben die da angefangen, sozusagen schon das mal vernünftig zu machen. Das ist quasi der Ball, auf dem oben die Promenade läuft. Was passiert mit unserem Stadion? Wir haben jetzt ein Stadion, wo schon, ich war mal draußen. Macht euch die Mühe, fahrt mal hin. Das Spielfeld ist fertig. Das Spielfeld ist plan. Und das sieht ja geil aus. Aber das sieht keiner. Kein Foto im Internet. Kein Foto irgendwo. Keine Webcam. Keine Baustellencamp. Zero. Zero. Ohne Schuldzuweisung. Aber wir müssen konstatieren, es passiert zero. Eine interessante Plakatierung an vielbefahrene Stellen, was wir jetzt am Kaufhof gemacht haben. Ist ja nicht befahren. Sie fahren auf die Bergheimer Straße zigtausend Autos vorbei. Ja, aber du siehst das vom Auto aus nicht. Kannst deinem Kumpel wagen. Okay, aber das ist nicht schlimm. Man sieht es vom Auto aus nicht. Das sehen die Fußgänger. Da müssen wir doch auch mal ehrlich sein. Ja, also mal runterschreiben, Gedanken machen usw. In Sinsheim, Stadtanzeiger, da müssen wir, das wird ja in jedem Haushalt hin, doch klar, den kriege ich jeden Tag, jeden Donnerstag. Darum geht es nicht. Unser Ansatz muss sein. Wir müssen jetzt so langsam, und nur mal jeder Tag zählt, wir müssen das neue Stadion vollkriegen. Wir müssen dort einfach schon jetzt die Leute mitnehmen. Jetzt können wir mal zeigen, dass wir eben was gelernt haben und dass wir ein kreativ geiler Laden sind, weil jetzt kommt es auf uns an. Jetzt müssen wir sagen, wo ist Moosbach? Wo ist Heilbronn? Vorsicht, wir kommen. Wir haben jetzt eine Truppe, Vorsicht, die Hoffenheimer, die greifen jetzt mal an. Aber wo sind wir? 1899 Hoffenheim in der 2. Fußball-Bundesliga. Endlich ist es soweit. Erleben Sie die stärkste 2. Liga aller Zeiten ganz in Ihrer Nähe. Live mit 1899 Hoffenheim. Noch einmal herzlich willkommen hier bei uns im Museumshof. Wir wollen jetzt auf Ihren ganz besonderen Wunsch hin, alle miteinander, alle ohne Ausnahme, das Badnerlied singen. Wer stimmt an? Und wir haben doch Sänger da. Am Heidelberg, du Feine, du Stadt am Ehrenreich, am Neckar und am Heine, keine andere, komm dir gleich. Drum grüß ich dich, mein Partnerland, du Edelberg, die deutsche Land, die deutsche Land, brich auf, brich auf, brich auf, brich auf, brich auf, brich auf mein Badnerland. Badner ist die Region hier. Und wir kommen aus Badner und das, also der Verein ist ein baderischer Verein und das sind wir. Das badische und das württembergische, da waren ja viele Kriege und Gebietsansprüche dahinter. Und eben die Leute stehen zu ihrem Land, wo sie aufgewachsen sind. Das ist genau, wenn ich ins Bayerische gehe, da gibt es ja auch die Franken und die Bayern. Also obwohl es alles Bundesland Bayern ist, also wenn man zu einem Franken sagt, er ist ein Bayer, der geht einem an den Hals. Das ist genau der gewisse Patriotismus, den wir eben auch fürs Badische aufbringen. National Gothic singen, den wir eben auch fürs Badern. Auch wenn wir gehen, die Europäische an der Bundesregierung, wo wir die,, oder das ist ja auch wirr, Das war's. Untertitelung. BR 2018 Ich weiß, das habe ich vorhin gesagt. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht aufhören, in der 2. Liga Druck zu machen. Du kannst nicht nach 20 Minuten mehr durch das Spiel gewöhnen. Das Spiel habe ich noch gesagt. Die kriege ich mit Standarts mal her. Wir müssen den Druck weiter aufrechterhalten. Das war der große Fehler. Der letzte Runde A. Und ich die ganz Runde verfolgen. Ich muss den Druck verfolgen. Das ist ein ganzes Gball. Ich muss das nicht sagen. Das ist ein sehr guter Geflieger. Ich muss das nicht sagen. Ich muss das nicht sagen. Wir müssen das nicht sagen. Herr Ragnick, beginnt jetzt der Abstiegskampf oder ist es für die Frage noch zu früh? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich mich damit nicht beschäftigt, aber eine Tabelle nach drei Spieltagen sagt für mich noch nicht viel aus. Das habe ich auch letzte Saison gesagt, sondern die beginnt dann aussagekräftig zu werden, wenn zehn Spiele gespielt sind. Aber heute war es so, dass man wirklich sagen muss, mit Ausnahme von ganz wenigen Phasen, dass wir einfach klar unterlegen waren. Das war es so, dass wir einfach klar unterlegen sind. Wir haben jedes Mal den Ärger, dass wir nicht wissen, das war ein Augsburg-Spiel und das war ein Wehen-Spiel. Ich muss doch vier Tage vor Spielbeginn wissen, ich habe 7000 Plätze verkauft oder eben nicht. Weil was soll ich denn für Kommunikationsmaßnahmen? Was soll ich ihm Herr Sieger sagen? Soll ich ihm sagen, ja schreiben Sie nichts, wir sind hier ausverkauft? Ich weiß nicht, Frau Freund, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Frau Freund, ich weiß nicht. Ich dachte, wir haben jetzt noch eine Excel-Tabelle gemacht. Ja, aber das pflegt ja niemand, der E-Mail sitzt da vorne und dann geht er anschließend nach Hause und macht eine kleine Strichliste. Jetzt muss man die Striche am Ende des Tages zählen und den Stand in einem Tag eintragen und dann hat man eine Formel, Kapazität, Minus Tag X, Minus Plus, das, das und dann habe ich irgendwann mein Ergebnis. Wir müssen das organisieren. Was heißt organisieren? Es muss sich jemand die Zeit dafür nehmen, diese Statistik am Ende des Tages einzutragen, in ein Blatt. Herr Briegel, bitte, das Dreckszuschaueraufkommen gegen Augsburg, was machen die den ganzen Tag? Das mache ich in einer Stunde und was machen die den anderen Tag? Wenn es wenigstens wäre, dass wir nicht nachkommen, dass wir sagen, wir sind hoffnungslos überausverkauft, ich könnte 15.000 Dauerkarten verkaufen, aber wir sind ja kaum ausverkauft. Das heißt, wir kriegen Stress für ein paar lumpige Karten. Gegen Osnabrück, sag ich mal, muss doch, kommt doch keiner. Wie viel haben wir verkauft? 20? 30 maximal. Überleg mal, 30 Karten. Das Spiel müsste doch schon abgerechnet mit einem Schleifchen bei der kaufmännischen Abteilung sein, weil keiner mehr Karten kauft. 30 Karten. Überleg mal, was es ist, gegen wen hatten wir? 1000 wenigstens. Wir haben 30. Und da können wir heulen. Das, was auf dem Rasen passiert, ist letztendlich das Core-Business. Und davon hängt fast alles ab. Und zwei Niederlagen bedeutet für die Marke und für den Markenauftritt schon was ganz anderes als zwei Siege. Wir müssen optimal vermarkten, um die Wirtschaftlichkeit, um die Kapitalisierung dieses Projektes nach vorne zu treiben. Aber das Maß aller Dinge ist der sportliche Erfolg. Ohne sportlichen Erfolg ist alles nichts. Das sind die Verträge, die haben wir hier schon mal gesehen. Können wir sagen, schaut hier einfach nochmal drüber. Genau. So, dann haben wir die Vergütung. Diese ist die Vergütung in der zweiten Liga, das ist die in der ersten Liga. Absolvierst du 25 Einsätze, erhöht sich auf diese Summe sozusagen. Wir haben den gestern geprüft, juristisch nochmal. Das ist alles wunderbar. Du kannst also jederzeit unterschreiben. Steht alles drin, was du wissen musst. Jetzt wird es ernst. Ist schon ernst. So, genau. Am besten Ihre Seite kurz zeigen. Ja, ja, kann man auch für die Marke. Parafieren, genau. So, WI oder VI oder so. Wir sind schon im Augenblick auch in einer Investitionsphase. Das ist, ich glaube, das muss man auch gar nicht näher erläutern. Die Investitionen, die jetzt getätigt worden sind, das ist aus dem laufenden Etat und aus den Mitteln, die einem Zweitligisten zur Verfügung stehen, nicht zu stemmen. Wäre völlig ausgeschlossen. Insofern sind wir da schon auch in einer privilegierten Situation, die sich nur aus der Unterstützung durch Dietmar Hoppe gibt. Naja, gut, der Sportverrückte schaut in erster Linie auf den Erfolg. Der Sportunternehmer schaut darauf, dass alles finanzierbar bleibt. Bei mir ist da sicherlich im Moment viel Gefühl dabei. Wir wollen den Erfolg haben, aber ganz klar auch das Kalkül. Dieses Unternehmen kann nur dauerhaft erfolgreich sein, wenn wir in die schwarzen Zahlen kommen. Also muss das funktionieren. Ist das das Ziel Nummer eins? Zum Sport. Der Aufsteiger Hoffenheim vermeldet die letzten Neuzugänge für die zweite Liga. Insgesamt investierte die TSG mit 20 Millionen Euro mehr als alle Zweitliga-Vereine zusammen. Spieler, die zur Philosophie passen, in die Mannschaft passen, zum Umfeld passen, die jung sind, die Ambitionen haben, die auch die Qualität für die Liga eins haben. Und die natürlich dann mit einem moderaten Vertrag ausstatten und die entwickeln. Und dann am besten natürlich irgendwann die Spieler so wertvoll machen, dass sie aus dem Ausland am besten für viel Geld gekauft werden, dass wir auch Transferlöser haben. Aber die anderen Spieler waren ja schon alle da, da ist der Eduardo, den suche ich schon die ganze Zeit. Der gehört nochmal da unten hin. Gustavo, der ist ja auch neu. Mittelfeldspieler. Das war dann, wie gesagt, der Dembaba. Sehr guter Spieler. Alles Brasilianer, ne? Der Obasi. Der Pierre Nielsen, bin ich mir nicht ganz sicher, wann der gekommen ist. Da müsste man jetzt wirklich mal meinen Mann reinholen, weil der das nämlich genau weiß. Der? Wie dat? Ibizef. Ibizef, der ist zurecht gekommen, der? Der Baba. Ne, Isa war vorher da. Der Isa war vor schon, ja. Hier, der Obasi. Obasi, ne? Und dem Baba ist gekommen und der? Der do. Der Eduardo. Eduardo, ja. Carlos. Richtig. Der Carlos. Ja. Ja. Wer hat keine Busfahrkarte? Busfahrkarte gibt's hier. Sonderpreis heute sieben Euro. Servus. Wie, alles klar? Seid ihr gerüstet? Servus. Hallo, Frau O. Hi. So, viel Glück. Tschüss. So. Auch ein Tütchen. Ja. Geht so. 39,48. 39,48. Nein, tschau. Ich hoffe nicht so viel süßer sein. Geben Sie den nicht so viel süßer. Oh, Göttchen. Leute, ihr macht mich ganz durcheinander. Das auch. Jo, das habe ich nicht. Und das, Arno? Ja. Moment. Ich wünsche euch viel Glück. Dankeschön. Wir drücken die Daumen. Tschüss. Tschüss. So, tschau. Da in den Busse kommt noch einer. Ja, ich weiß es nicht. Da vorne kommt einer. Da hinten kommt einer. Und genau den nehmen wir jetzt. Ja, komm, wir laufen mal. Der ist für uns jetzt. Gut. Nee, warte mal. Auf. Lass ihn mal fahren. Ja, dann, hebt ihr eure Karte? Will die Karte sehen? Ja, ich weiß. Bei dir weiß ich ja, ich habe gestern ein paar mehr bezahlt. Nee, aber guck mal. Nein. Ja, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Er weiß es nicht. Leier, komm noch einer. Ah. Ja, da kann ich alle rein. Warum mache ich einen Scheiß? Das ist die alten Flägelost. Erstmal ist unser Geld, das wir verdienen, Messer. Und zweitens, äh... Ihr hättet euch zu viel Karte hergegeben. Was heißt so, zu viel Karte hergegeben? Trinkt euch neue Scheiß drauf. Ja, lass mich jetzt echt nicht. Ja, du. Mach schon fliegende Beine mal. Nee. Aber es gibt nichts rein. Nichts. Warte. Komm, nichts rein. Was kommt? Wo kommt nix rein? Kannst schon vergessen. Komm, nichts rein. Komm, nichts rein. Komm, nichts rein. Oh. Hol noch einer, es hat kein Wert. Hey, da stehen noch 40, 50 Leute. Hol den Bus. Halt in der Auto und fahr fort. Oh Mann. 35 Leute. Ja, dann rechnst du da noch 10, 45. Ja, lang. Ich wünsche ganz viel Glück heran und dass ihr ein schönes Spiel habt, vor allen Dingen. Ja, da müssen wir durch. Und wir drücken die Daumen, gell? Bis dann, tschüss. Glockenzeichen 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 Goods, I don't care. 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 I don't care. So, Freunde der Nacht, mehr können wir nicht tun. Mehr können wir nicht tun. Ich bin nicht tun. Ich bin nicht tun. Aber ich bin nicht tun. Das ist ein fairer Vertrag. ein sehr guter vertrag ja da sind schon natürlich zweistellige millionenbeträge die ja schon ich denke das ist für beide eine challenge wie sind beide mal die 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 outperformer dann ja runner up wie auch immer ich freue mich sehr also wenn das klappt muss ich sagen top ja nix gratulation ich bin erst da wenn die tinte wenn beide wenn der presi ja ja mein gott aber sie wissen schon also pferde vor der apotheke wir arbeiten aber die themen die wir gerade besprochen haben von der handvorlage arbeiten wir ein das macht das russi der ist im auto jetzt gerade schon dabei wenn er wenn der gregor hier keinen unfall baut dann wird es auch funktionieren ja ich sag nochmal in unserer situation respekt respekt was das russi wieder verkauft hat schlag bravo Wir werden immer enttäuscht, oder wir kriegen ganz viele Absagen. Wir haben so viel Klinken geputzt, wir haben so viel getan. Alles vorbereitet, alles, und dann, eine Minute vor der Unterschrift, sagen die, Edgy-Badgy, wir haben uns doch noch mal überlegt, wir sind heute schlecht aufgestanden, wir wollten ihnen zwar 10 Millionen geben für ein paar Jahre, aber haben uns anders entschieden, machen wir nicht, wir gehen zum anderen Verein, oder wir lassen es, oder wir machen gar kein Sponsoring. Ja, so what? Das ist das Leben. Was meinen Sie, wie viele Narben? Ich da schon, aber das ist doch völlig easy. Nochmal, es ist kein Wunschprozent. Das Leben ist kein Heimspiel. Das ist mein Motto nach wie vor. Zum Wunschprozent. Musik 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 Ja, die haben den Herrn Hop angegriffen, massiv angegriffen, mit Plakaten, die Mannschaft angegriffen. Also es war nicht schön, da weht jetzt ein rauer Wind. Ist halt irgendwo, ich verstehe es nicht, warum. Und ich denke mal, jeder andere Verein wäre ja auch froh, wenn er irgendwo jemanden hätte, der das dann so fördern würde, wie es der Hop halt hier macht. Dabei geht es im Grundsatz um eine Glaubensfrage. Millionen oder Traditionen? Der Mainzer Manager Christian Heidel hatte sich über die finanziellen Möglichkeiten in der Hoffenheimer Retorte echauffiert und so möglicherweise Fanproteste gegen den Neuling mit verursacht. Es ist ein bisschen schade eben, dass jetzt da ein Verein im Endeffekt fast erfunden wird, auch wenn die TSG, weiß ich, auch eine Tradition hat. Aber im Endeffekt wird jetzt ein Platz im Profifußball weniger sein. Das ist jetzt 35 plus Hoffenheim und Hoffenheim wird nicht zu stoppen sein. Sie werden über kurz oder lang definitiv in der Bundesliga sein. Die Leute, die nun reklamieren für ihren Club, dass er unterdrückt ist durch andere, die zu viel Geld haben, wie beispielsweise Hoffenheim, die würden natürlich liebend gern einen Ronaldinho verpflichten und würden gar nicht fragen, wer den bezahlt hat. Ich kann mir vorstellen, dass der Hass auf uns noch größer wird, wenn man feststellt, dass unsere Investitionen sich gelohnt haben. Komm, 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 komm. Ja, da kommt er. Ja, okay. Wir haben fast 2000 Aufkleber weggemacht von Kirchen, jedes Schild. Wir haben es alles weggemacht. Wir haben überhaupt kein Problem. Wir haben es weggemacht und so weiter. Es haben sie kleine Fans, kleine Kinder, mussten ein Trikot auf der Straße ausziehen, mussten ihren Schal abgeben. Die sind mit dem T-Shirt rumgelaufen. Also ist alles okay. Also okay ist es nicht, aber wir wollen uns nicht jetzt irgendwie, sagen wir, rechtfertigen. Okay. Aber aus ihrem Brief kommt so ein bisschen, ich habe den zweimal gelesen und habe dann gedacht, der liebe Herr ***, so ich glaube eigentlich, er gibt uns die Schuld, dass hier was passiert ist. Okay. Aber jetzt haben wir nochmal eine ganz kurze Frage. Aber das Unmutaufgang ist klar. Aber bei aller Liebe. Aber wir haben auch viel abbekommen. Meinen Sie nicht auch? Also die sollen uns ja nicht lieben. Die sollen ja auch uns besingen. Das ist ganz klar. Aber Sie wissen, was ich meine. Die sollen einfach dieses, diese Person, dieses Hass schüren. Und das ärgert uns natürlich auch, weil, mein Gott, wir haben elf Spieler. Ihr habt elf Spieler, der Bessere gewinnt. Ja? Also ich sage nochmal, gut, zum Glück, bei mir kann ich noch durchgreifen, weil es halt wenige sind. Also wenn unsere Fans sich so genommen hätten, dann hätte ich die rote Karte gezeigt. Leute, es ist einfach so, dass wir jetzt Sprachels reden müssen und dass wir einfach diese Probleme, die intern mit den einzelnen Fangruppen scheinbar da sind, einfach lösen müssen. Und wir haben vor einiger Zeit beschlossen, das Partnerlied, dass wir das als Stadionhymne nennen. So lange, bis die Stadionhymne kommt. Ja, wir haben ja auch gesehen, dass du dich jung und alt wie identifizieren. Und deswegen waren wir damals so ein Mitbeweggrunden. Ich stehe weiterhin, oder wir stehen weiterhin dazu, dass wir nicht pro-Badnerlied sind. Ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen, ja? Und wenn sich jemand dadurch angegriffen fühlt, muss er auf uns zukommen. Ich frage mich, warum ihr ein Problem mit dem Badnerlied habt. Erstens sind wir ein badischer Club. Ja. Das sehen wir uns doch aus. Eier, dann habt ihr euch den falschen Club gesucht. Hoffenheim ist in Baden-Württemberg. Wenn ihr stolz, ihr seid stolz auf euer Badische Land und das Badnerlied. Singt ihr mit Stolz, ja? Dann dürfen doch wir auch stolz unsere Württemberg-Fahnen leben. Leute, wie es der Thomas gesagt hat, wir müssen eine Fankurve mit 9000 Fans. Was glaubst du, wie viele Württemberger wir da brauchen aus Heilbronn? Aus der ganzen Kante? Ich denke, dass eine große Runde doch spielt, dass wir so einen Konflikt haben. Jetzt in der Fanszene von Hoffenheim, sag ich mal. Altfans, Regionalliga-Fans versus Neufans, Zweitliga-Fans, für mich die eigentliche Konfliktlinie. Manchmal denke ich, ihr habt irgendwie, ihr habt irgendwie manchmal Angst, dass andere Fans kommen und euch nicht lauter sind und andere Ideen haben oder so. So kommt mir das manchmal vor. Das kann ich jetzt ganz klar dementieren. Ich meine, wenn sich noch uns neue Fanclubs gegründet haben, du kannst die ganze Fanclubs fragen. Ich bin auf die zugegangen, hab mir Hilfe auch geboten und so weiter. Das haben wir auch immer zu mir gesagt am Anfang. Also das kann ich jetzt auch nicht sitzen lassen, dass wir Angst haben, dass andere kommen. Im Gegenteil, wir freuen uns, wenn andere kommen. Das ist unser Fußball-Hauptportier. Jede Woche, halte Kreis, wir singen dieses Lied. Hey, ja, super, wie es geht, wie gut das ist, sie geht. Ich sag mal, den Hoffenheim-Fan gab es ja bis vor zwei Jahren noch gar nicht oder bis vor anderthalb. Und auch die, das muss sich jetzt erst entwickeln. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei zwölf oder 13 Fanclubs angelangt. Bis vor einem Jahr gab es noch gar keinen. Und ja, so haben wir eigentlich auf allen Ebenen gerade die spannende Situation, dass Dinge im Fluss sind, Dinge sich entwickeln. Jeder ganz gespannt ist, was jetzt als nächstes passiert und wohin uns der nächste Schritt bringt. Ja! Musik Kurz vor Saisonende bahnt sich ein Fußballwunder an in Baden-Württemberg. Der Verein eines 3.000-Seelen-Dorfes spurtet dort derzeit durch die ganze zweite Liga und spielt, wenn alles gut geht, im Herbst gegen Bayern München. Das heißt, gibt es Tageskassenverkauf? Gibt nichts mehr? Ist vorbei? Ausverkauf. Also die Botschaft ist, Tageskassenverkauf wird es nicht geben, Herr Sushi. Gut, das ist ja eine Botschaft, die ist ja wichtig. Musik 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 Wenn es in die Straße reinkommt, das ist extrem, da hängt schon alles voll, kann man sagen. Und es sieht gut aus. Überall beflaggt. Die links, rechts, das ist doch schön. Schau mal da oben am Balkon. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Könnte noch mehr sein. Die Leute trauen sich nicht so richtig, glaube ich, das ist für die. Die haben das ja nicht so gewohnt, aber das kommt noch. Das kommt noch. Hopfenhain. Noch eine Info von unserem aufstrebenden Zweitligisten. Nach dem Spiel gegen die Kreuter Fürth lädt die TSG alle Fans zur großen Saisonabschlussparty in die Messe Sinsheim ein. Seid dabei. Ihr solltet mal da reinfahren, was wir uns für eine Mühe gemacht haben. Das ist brutal. Wenn du aufsteigst, musst du ja wenigstens ein bisschen feiern auch noch. Es sind mehrere Wuchten. Ich möchte mit Freunden feiern und nicht mit 15.000 Willen, die ich gar nicht kenne. Weil es wird so sein, dass dadurch, dass halt Musik angesagt ist, freie Getränke gibt und so weiter und so fort. Viele Leute, die gar nicht hinkommen, weil sie Interesse an Fußball haben, sondern ganz einfach Interesse nur an der Musik und an das oder das. Und da bleiben wir draußen vor und haben eigentlich nichts davon. Also ich war ja jetzt vorhin auch in der Messe. Und was ich gesehen habe, was der Maik die Woche alles für die Fans hat gemacht, der den Aufbau lässt, ja. Wer das anschlagen. Aber für alle Fans? Für alle. Für alle Fans. Natürlich. Für euch auch die Fans im Stadion. Und ich kann das nicht nachvollziehen, dass ihr das separat feiert. Wir sind eine Gemeinschaft. Alle sind dort. Alle ist eine Gemeinschaft. Morgen in Sintzheim in der Halle 6. Was du würdest sagen, wir zwei fahren lieber. Guck uns das, aber das blieb. Aber wir wissen, wie die Leute denken. Dann bring ich die Meinung nicht raus. Mach also hier. Also wir gucken es jetzt obligatorisch an, aber ich sage, ich weiß, wie die Leute denken und du weißt es auch. Und das ist es. Dann würde ich sagen, dass wir es uns mal angucken, wir zwei. Es versucht jeder Verein, seine Fans so zu basteln, wie sie gern möchten. Aber man kann nicht also jeden biegen, wie man ihn gern möchte, weil jeder ist seiner sich selbst. Und dann sagt er, einer sagt, er möchte im Stadion ein Bier trinken, der andere sagt, er möchte vier Bier, der andere sagt, er möchte Wasser trinken. Man kann nicht biegen, wie man ihn gern hätte. Die Leute sind alle sich selbst. Die Sponsoren, die haben hier 700 Plätze. Die Fans haben hier tausende von Plätzen. Wir haben einen Haufen Stehplätze für die Leute, die vielleicht beim Spiel ganz vorne stehen wollen und gucken wollen oder so. Keine Ahnung. Wir machen das wirklich nur für die Fans und für die große Familie Hoffenheim. Für Sponsoren, für den Hopp. Weißt du, für uns Fans, wir Supporter, wir haben alle gekämpft. Wir haben jetzt schon eine Verbindung aufgebaut. Und das ist wirklich, dass man sagt, wir können zusammensitzen und können noch zusammen eine Bierle trinken. Das ist jetzt das Fall, dass wir würden aufsteigen. Habt ihr keine Lust, hier eure Mannschaft zu feiern? Wenn ihr auf die Bühne, auf den Catwalk kommt, vorkommt, jeder Einzelne aufgerufen wird, die Welle machen und tralala. Wir feiern unsere Mannschaft 34 Spiele in der Saison. Und dann im Highlight-Wetter. Wir feiern unsere Mannschaft auch in gewisser Weise. Wir haben aber gesagt, wir wollen das letzte Spiel zusammensitzen, ein paar Wäschchen und ein paar Bier trinken. Hallo, Dietmar. Hallo. Wir müssen uns morgen hier sehen. Deswegen sind wir alle da, weil das war jetzt aber wirklich nicht abgesprochen. Im letzten Jahr, naja, ist nicht so glücklich gewesen, die Geschichte. Das war halt. Und wenn es auf dem Sportplatz ist, mache ich es zusammen. Und das hier ist natürlich großartig. Wir haben das gerade erörtert. Und zwar, wir haben letztes Jahr, durch das, dass es unglücklich gelaufen ist, wir haben vor ein paar Wochen... Jetzt brauchen wir noch rechnen. Ja, gut, aber ich sag mal, der harte Kern von uns war auch Regionalliga und zum Teil Obeliga dabei. Und wir haben halt gesagt, wir fangen morgen früh um 10 Uhr, machen wir bereits ein Frühstück. Da gibt es Rührei mit Schinken, da gibt es Nusszopf, Kaffee und alles. Okay. Toll, toll. Auf jeden Fall, mitdrücken, auf jeden Fall, weil wir... Na ja. Ihr habt es euch angeguckt, überlegt es euch und... Und wäre schön, wenn man euch auch mal sieht. Wann, die ist so? Toll mal ruhig mit dem Mike. Ganz einfach. Der, wo hingehen will, soll hingehen. Der, wo nicht hingehen will, der Geld hat, nicht geht. Eben. So machen wir es. Und ich gehe nicht hin. So machen wir es. Okay. So machen wir es. Ja. Ginedo Obasi schießt die TSG Hoffenheim endgültig in die erste Fußball-Bundesliga. Und jetzt ist los. 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 Es ist von Pracht. Durchgestartet aus der Regionalliga direkt in die Bundesliga. 18,99 Hoffenheim schreibt Geschichte. Und jetzt ist der Verein. Erste Liga. Und jetzt ist der Verein. Siegezake, Siegezake. Vorherrei. Siegezake, Siegezake. Vorherrei. Siegezake, Siegezake. Vorherrei. Siegezake. 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 Tita. 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 Wir sehen uns in Zinsen. Tita. 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 Unsere Tradition ist die Zukunft. Schalalalalala Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo. Genau. Moment, ich will erst mal ... Da stelle ich mir jetzt den Antrag, dass wir eigentlich heute, da jetzt unser Fernverband um einiges größer worden ist und wir eh Vollversammlung haben, dass man die Vorstandschaft komplett neu wählen könnte. Dass viele andere aufgeschaut haben. Ich bin der Meinung, dass das ganz neu eingeladen werden muss. Eindeutig. Und nicht, wie ihr euch das da hinkriemen. Es kann überhaupt gar nicht sein, dass auf einer Sitzung, ohne dass das auf der Tagesordnung steht, der Vorstand neu gewählt wird. Also es ist Putsch und Revolution hier. Ich seh das nicht als Putsch, aber einfach den ganzen neuen Fan-Clubs hat die Möglichkeit, sich mit dazu integriert. Ich möchte jetzt mal ganz gerne wissen, warum habt ihr es jetzt so eilig, den Vorstand da abzureden? Also, jetzt sag ich mal was dazu, was ja mich betrifft. Also, hallo, jetzt rede ich. Ja, also, wir können uns gerne mal drüber unterhalten, was dieser Fan-Verband geleistet hat, bevor ich in diesem Vorstandsamt war. Die kann man auch ganz kurz so zusammenfassen. Das, was auf der Seite hier steht, ist das, was der Fan-Verband in sieben Monaten vor meiner Amtszeit gemacht hat. Er hat sich im Container getroffen, hat Bier getrunken, ja. Das müsste der eine oder andere noch in Erinnerung haben, ja. Hey! 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 So, komm, jetzt, jetzt will ich mal was dazu sagen. Jetzt will ich mal was dazu sagen zu dem Bier trinken. Mann, wenn du dich da auch mit euch beziehst, aber vorher war der Fan-Verband. Wir haben dann von Anfang an langsam aufgebaut und mit allen Fan-Clubs kooperiert. Es war zu dem Zeit waren nicht viele Fan-Clubs da. Es waren sieben Fan-Clubs da. Aber ich muss sagen, die sieben Fan-Clubs, die damals da waren, die haben heute noch einen engen Kontakt, haben eine selbe Meinung und die arbeiten heute nach wie vor noch zusammen. Die Jungs, die waren von Anfang an dabei. Das Recht haben sie einfach. Und dass die von Anfang an da mitgemacht haben und denen jetzt vorzuhören, sie haben gar nichts gemacht. Ich war zu spielen oben, da bin ich auf dem Sitzplatz gesessen. Und da haben die Doppelhalter schon gehabt mit 10, 15, 20 und 30 Mann. Und sonst gar nichts. Was du dir an die Fahne heften willst, ich, seit fünf Monaten, also hätte ich das andere gemacht vor fünf Monaten, wo wir aufgestiegen sind. Das ist doch die Euphorie, wie jetzt geht. Warten wir mal in zwei, drei Jahren ab. Oder was war vorher? So war es doch schwer. Regionalliga-Leute zusammen. Wir können uns hier darüber unterhalten, ob man Neuwahlen macht. Aus den Gründen oder nicht. Ich persönlich wäre nicht dafür, Neuwahlen zu machen, weil mein Vertrauen hat der Vorstand. Was heißt Einfluss, Macht verlieren? Ich persönlich brauche eigentlich keine Macht. Ich mache das, wo ich richtig halte für meinen Fanclub. Und die Resonanz bestätige mich zum Teil auch. Und gebe mir recht, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Aber ob ich da im Fanclub Macht habe oder nicht, also das geschmeckt hat, also das geschmeckt hat auch nicht. Hey, erwarte! Ich war, erwarte! Ich war, erwarte! Ich war, erwarte! Ich bin nicht nur mit dem Mann. Es gibt auch eine Port, und der heißt, hoffen ein. Ein Fußball, doch das keiner kennt. Doch das ist du vorbei. Denn wenn der ganz gut reicht auch, wenn wir sind hier mit dabei. Oh, nee! Oh, nee! Super TSG! Wir werden wieder siegen, um Regen oder Schnee. Denn unsere Mannschaft ist... Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga heißt nicht Bayern München, heißt nicht Schalke 04, heißt nicht Werder Bremen, heißt nicht Vorhof bis Stuttgart, heißt nicht Bayer Leverkusen, sondern Hoffenheim. Tabellenführer Hoffenheim. Fußball aus dem Lehrbuch. Direkt und schnell. Inzwischen kippt die Stimmung tatsächlich. Auf einmal lieben alle Hoffenheim, denn die Mannschaft ist jung, spontan, schnell und erfolgreich. Now to the fairytale currently taking place in German football, where a former amateur club has taken the Bundesliga by storm. Hoffenheim, Hoffenheim, nicht bin, nicht bin, bin da, wo muss das egal. Nun heißt es ja, Geld schießt keine Tore. Tut es aber doch. Am Ende gewinnt der Kapitalismus, insbesondere wenn ein Wann-Touch-Fußball spielt. So einen Aufsteiger hat die Liga noch nie erlebt. Am Freitagabend ist es soweit. Dann kommt es zum Showdown in München. Alt gegen Neue. Nummer zwei gewinnt Nummer eins. Auf dieses Duell hat ganz Deutschland gewartet. Meier gegen Hoffenheim. Der Zweite gegen den Ersten. Das Beste, das diese Liga zu bieten hat. Einfach genial! Ist das unglaublich! Was der da reinhaut. Wir wollen Hoffenheim schlagen. Das ist unser Ziel. Das ist die klassische David-Koliath-Konstellation. Ich glaube, da freuen sich 70.000 Bayern-Fans. Wir fahren da hin, um zu gewinnen. Nächster Bauer, ganz klar. Bayern gegen Hoffenheim. Das Beste, was diese Liga zu bieten hat. Das wird der Spot des Jahres. Das wollten die gestern immer wieder sehen. Das war Wahnsinn. Sechs Monate zweite Liga vor 18 Monaten Regionalliga. Und jetzt macht da einer einen Spot das Beste, was die Liga zu bieten hat. Wir haben uns gerade noch mal so einen Spot angeschaut vom DSF. Und die fangen da, die bauen das so auf. Bayern-Hoffenheim. Der Erste. Also der Zweite gegen den Ersten. Das Beste, was die Liga zu bieten hat. Das ist dann noch mit Worten nicht zu beschreiben. Der Zweite gegen Hoffenheim. Der Zweite gegen den Ersten. Das Beste, was diese Liga zu bieten hat. Ach, wenn's einem schlecht geht. Ist das unglaublich? Bayern gegen Hoffenheim. Das Beste, was diese Liga zu bieten hat. So, jetzt kommen wir wieder auf den Boden zurück. Und arbeiten wieder fleißig. Ab und zu kann man mal träumen. Maz Lap in Heuere無 either who can Magna. Come on up. Come on up. Come on up. Come on up. And then we can back him. Bees Бы comfy Azlar. Das Spiel ist aus und trotz einer Niederlage bleibt die TSG Hoffenheim auf Platz 1 der Bundesliga und freut sich über den sensationellen Gewinn der Erbsmeisterschaft 2008. Untertitelung. BR 2018 Das ist das, was sich jetzt leider geändert hat. Früher waren es die Fans und die Spiele und heute sind es die Kunden und Produkte. Also die Vermeidung hält im Fußballleiteneinzug, wobei ich und wir uns alle als Fans auch sehen, nicht als Kunden. Das ist Wahnsinn. Hallo, Betriebsufall letzte Woche. Das ist geil, absolut, was sich gehalten hat. Ich trau mich nicht auf mit dem Fuß. Das ist Wahnsinn doch, Alter. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Musik 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 Herzlich Willkommen. Wir fühlen uns gehört, dass Sie unsere Räume mit Licht erfüllen und Glanz. Oh, die Prominenz. Hallo. Servus. Hallo. Ich habe nicht viel gemacht. Sport des Jahres, Koch des Jahrhunderts. Wie machen wir das hier? Wie machen wir das hier? Hey. Wichtig ist doch eins. Haben wir doch eins gemeinsam. Wenn die Kunden zufrieden sind, dann sind wir glücklich. Ja, die Kritiker, die am Anfang natürlich gesagt haben, was machst du, wieso gehst du da aufs Land und Regionalliga-Verein, da ist zwar einer, der hat ein paar Euro und so weiter, aber das ist, mach das nicht, bleib doch bei dem Etablierten. Ich hoffe, das gefällt dir. Ja, das freut einen schon, dass man heute, dass die Leute hier sagen, alles richtig gemacht und Lob und kriege auch eine Karte und so weiter. Ja, immer gern. Ja, das ist... Ja, das ist das ähnliche practically. Der Mann! Der Mann! Der Mann! Das war's für heute. Das war's für heute.